so hallo zusammen ja ich bin es mal wieder das war jetzt eigentlich überhaupt nicht geplant aber eins muss ich sagen dieses video was heute in richtung lady syvanas präsentiert worden ist das hat etwas ausgelöst womit glaube ich nicht viele gerechnet haben was gerade im internet abgeht wie viele memes hier schon unterwegs sind was auf youtube passiert in den comments auf twitter auf twitch das ist unfassbar eigentlich also man kann sagen dass blizzard das genau das geschafft hat was sie wollten seit der blizzcon wusste keiner bis zum heutigen tag 17 uhr unserer deutschen zeit unserer zentraleuropäischen zeit wusste keiner was am ende ja was beziehungsweise wer am ende dafür verantwortlich sein wird das tel rassil abgefackelt wird keiner wusste das und wir haben das in dem sind alle weltweit heute das erste mal zu gesicht bekommen und jetzt ist natürlich der aufschrei unglaublich groß es gibt die ersten die wirklich fordern sagt die motto syvanas ist der teufel syvanas ist das pure böse syvanas muss getötet werden syvanas ist hitler was es da alles für einen schwachsten gibt man sieht auf jeden fall dass blizzard durch dieses video und ich finde dieses video er ist grandios ich fand das jana proudmoor video grandios ich finde aber dieses syvanas video einfach noch viel besser und ich leute auch gleich warum sie haben es eins erreicht sie haben einfach diese emotionalität die ist ja auch für so ein verständnis dass wir uns gerade im kriegszustand befinden war mode an sich klar kann man jetzt anmachen so als feature aber um sich so vorzustellen dass wir wirklich uns gerade im krieg befinden das ist dann doch etwas schwieriger und als die blizzcon damals war war ich mir relativ unsicher darüber dass sie es hinbekommen dass ich persönlich mich so fühle also dass ich es nachempfinden kann als hortler in dem falle dass ich mich gerade wirklich im kampf im krieg mit der allianz befinde und nicht erst durch das video heute sondern auch schon durch die entwicklung in der letzten zeit also man das was gerade in der dunkelküste da passiert und natürlich ist auch eben was mit zeldrassil passiert da kann man dazu sagen dass sie es einfach geschafft haben sie haben diese emotionalität entfacht wenn man so möchte ich würde sagen fast als bild nicht nur zeldrassil brennt im moment sondern auch so die spieler brennen also sie brennen weil sie gehypt beziehungsweise antihyped sind was die story anbelangt und ich glaube dass das mit das beste ist was blizzard machen konnte rein marketing mäßig denn es wird bestimmt der ein oder anderen spieler geben der battle for us vielleicht nicht spielen wollte der vielleicht mal kurz bei legion reinguckt und gesagt hat komm der grind so gar keinen bock drauf und die story ja schon wieder burning legion habe ich auch nicht so bock drauf dann lass ich mal lieber aber wenn ich legion schon nicht spiele warum soll ich dann bfa spielen und ich finde durch diese emotionalität die jetzt ja im internet gerade vorhanden ist kann man wohl so festhalten dass der eine andere zumindest darüber nachdenkt sich das mal durchzulesen was warum ist es denn jetzt überhaupt so weit gekommen warum passiert denn das gerade in der dunkelküste auf darkshore oder in darkshore warum passiert das was hat das mit dem azerit auf sich denn viele leute die gerade jetzt legion überhaupt nicht erfahren haben die verstehen doch tatsächlich nur bahnhof wie azerit und warum jetzt wieder kalim dor und warum nicht argus und warum nicht warum keine legion mehr und so weiter und so fort warum ist die burning legion weg was mit sagas was mit kill jaden und so weiter und so fort also ganz große fragezeichen und das sind aber glaube ich so fragezeichen die letztlich nicht groß genug sind zumindest was so die legion anbelangt dass man sich battle for us angucken sollte aber so ein video das gerade wirklich denke mal bei youtube extrem gut abgehen wird da kriegt man zumindest den einen oder anderen hinweis und so blödes klingt ich glaube es wird die nächsten tage genug diskussionsvideos geben das was ich gerade mache so art reaktionsvideo oder meinungsvideo das wird es zuhauf geben und es wird wahrscheinlich die ersten videos gibt es wahrscheinlich auch geben wo sich die ersten leute so richtig abkotzen so blizzard was macht er mit der story voll scheiße was soll das habe ich ja gar keinen bock drauf ich will kein garisch 2.0 und so weiter und so fort von daher würde ich sagen aus marketing gründen oder aus aus sicht eines entwicklers ist es glaube ich eine ziemlich gute idee dass sie halt erst das jana video raushauen da haben sie schon ziemlich viele leute mit angefixt aber jetzt mit sylvanas glaube ich da schaffen sie es einfach sie schaffen diesen moment gott im himmel ich hasse diesen charakter es gibt so viele ausdrücke im moment auf in den youtube kommen zum beispiel die wirklich da wird sylvanas als bitch dargestellt als ja als wirklich das pure böse und es hieß ja immer so es ist normal die morale noch mal es gibt diesen nie im moment beziehungsweise das was ja gerade kritisiert wird denn dieser hat morale gray versucht die charakter zu beschreiben also moralisch ein moralischer grauton dass die also weder böse sind noch komplett gut sondern irgendwie dazwischen und das ist sie in dem sinne halt jeder für sich vor allem jetzt sylvanas aber eben auch jana sie halt so einen gewissen zwiestreit in oder eine zwietracht irgendwie gerade verspüren als charakter selbst und dass man als als spieler und letztlich in dem sinne als beobachter wenn man es so sagen möchte eben genau das zu gesicht bekommt und natürlich ist es halt schwierig zu sagen wenn man diese diese bilder sieht wo halt heldra sie abgefackelt wird wo unschuldige letztlich in band gesteckt werden und dann kann man schlecht sagen dieser charakter ist noch moralisch grau anzusehen also dieses morally gray ist halt dann wirklich schwierig auf der seite ja ich verstehe diese aufruhr und ich verstehe auch so ein bisschen dieses irgendwie hashtag not my watch schief und was gerade irgendwie gerade durch die sozialen medien gerade schon ja sich so langsam anbahnen auf der seite bitte ich würde dafür plädieren wartet erstmal ab denn wir in meinem letzten video in meinem jahr abschluss video zur gesamten beta coverage und alpha coverage noch hören werdet ich finde dass battle for azaroth vielschichtiger sein wird und das blizzard glaube ich nicht noch mal so ein fehler machen wird wie bei garisch damals okay der wird so nach nach und nach einfach schlimm und schlimm und schlimm und irgendwann ist er so schlimm dass selbst in der horde dem sind die horde gegen ihn vorgeht also hier würde ich erstmal abwarten ich würde auch nicht sagen dass der charakter ist das pure böse ist denn wenn man sich das video genau anschaut sieht man doch genau das man sieht doch genau dieses morally gray man sieht doch diesen 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 kampf den sylvanas innerhalb also ihres eigenen seins in dem sinne ausfechtet man sieht ihren früheren status bevor sie mit atas gekämpft hatten letztlich zu dem geworden ist und man sieht also in form zum beispiel dieses allianz charakters also dieser dieser nachtelfen nachtelfen ich glaube das ist eine was ist das ich weiß nicht mehr eine stadtwache oder so auf jeden fall es ist ja irgendeine wache also auch ein charakter ähnlich wie sylvanas damals war der in dem sinne auch dafür da ist dass das volk in dem falle dann die nachtelfen halt beschützt werden und dann wiederum sagt sie ja auch also diese nachtelfen sagt man so als motto ja ich weine halt um dich so nach dem motto ich weine weil ich sehe was aus dir geworden ist und sylvanas wiederum weiß genau was sie meint sie versteht wahrscheinlich sieht sie sich selbst in diesem charakter der gerade vor ihren augen gerade kurz davor ist halt zu sterben auf der einer seite sieht sie selbst diese hoffnung nicht mehr nach dem motto die nachtelfen sagte irgendwie habe die hoffnung die wird halt wird niemals sterben also dann meint sie so ja wenn du meinst ja also nach dem motto hier du verreckst gerade wenn du weiter deine hoffnung glaubst dann glaubt man deine hoffnung aber sie selbst sieht die eben nicht mehr und das ist natürlich ein ganz ganz krasses video und es zeigt hat einfach eine sylvanas selbst wenn halt nathanos selbst wenn der davor zurückschreckt irgendwie wirklich da teldrassi in brand zu stecken und sie schreit förmlich irgendwie tu es endlich tut es verbrennt diesen baum verbrennt letztlich die nachtelfen die da drin sind aber trotzdem es ist halt so wie es jetzt ist und man muss mit diesem status dieses charakters erstmal so klarkommen das heißt aber nicht dass dieser charakter genau so sein muss zum ende oder zur mitte von battle for azaroth wie es im moment ist ich traue mir dazu dass sie mit diesem charakter noch großes vorhaben und ich traue auch blizzard zu dass sie nicht nur mit dem charakter sondern auch mit jana proudmoor was vorhaben und ich würde wirklich davor zurückschrecken ich würde es nicht tun ich würde wirklich aufpassen dass man sie jetzt wirklich als das pure böse darstellt und jana proudmoor als der das gute und letztlich jana versteht jetzt man kann der horde in dem nicht vertrauen und sie wird nie wieder rücksicht auf die horde nehmen sondern sie wird letztlich genau das machen was letztlich ihr vater auch gemacht hat und sie wird einfach nicht mehr die jana sein wie man sie vielleicht vorher kannte ich glaube dass beide persönlichen im laufe von battle for azaroth und das kann man im moment anhand der beta und alpha informationen eben nicht wirklich beurteilen und das finde ich auch gut weil da ich eben einfach eine große spannung hat aufgebaut wird und eine überraschungspotenzial definitiv vorhanden ist von daher ist kann halt gut sein dass beide charaktere sich noch in die eine andere richtung hat entwickeln im moment sieht so aus sylvanas ist einfach der lazy charakter weil also lazy storytelling und story writing und so liest man ja also sprich dass blizzard im moment zu den einfachen weg geht und von daher halt versucht einfach ja den charakter als böse darzustellen und dann ist es halt umso einfacher dann muss man sich halt nicht damit auseinandersetzen das kann man sich vorstellen ich würde es nicht so sehen ich bin der meinung dass dieser charakter weiterhin interessant ausfallen wird und ich finde man sollte auch einfach mal abwarten wie sich diese story dann im laufe von battle for azaroth halt ja weiter entwickeln wird und noch ein punkt den ich auch noch kurz ansprechen möchte da immer wieder auf garisch 2.0 hingewiesen wird es kann gut sein dass sylvanas irgendwie korrumpiert wird dass hier die alten götter dahinter stecken das kann sein das weiß keiner genau das ganze könnte ich mir aber auch gut im hinweg auf jana proudmo vorstellen es kann gut sein dass die alten götter hier einen großen plan verfolgen schon seit längerer zeit und dass das jetzt so langsam halt alles ja zum vorschein gerät kommt dass das kann alles gut sein aber es ist nicht garisch 2.0 denn garisch wenn man sich an mits of pandaria erinnert hat versucht innerhalb der horde in dem sind rassistisch vorzugehen und in dem sind nur die orcs als horde angesehen oder hat versucht nur die die orcs als horde anzusehen oder anzuerkennen und alles was trolle waren oder tauren und so weiter das war in dem sind halt niederträchtig und das war in dem sind nicht die die pure die pure horde die pure horde das war es aus sicht von garisch eben nicht natürlich ist er hinterher dann wirklich komplett verrückt worden verrückt gemacht worden eigentlich durch dieses herz von jascherasch und so weiter durch diesen alten gott also durch das herz vom alten gott aber das ist hier ein kompletter unterschied wir befinden uns gerade in einem kriegszustand und wir wissen jetzt gerade durch das video heute es ist krieg diese emotionalität und das was halt krieg letztlich ausmacht wir kennen es leider auch zuhauf aus dem echten leben das passiert hier gerade und wir verstehen auch langsam als spieler dass das eben nicht nur ein feature ist mit dem war mode zum beispiel sondern es ist halt wirklich gerade das ist die story was gerade passiert und wir ja wir bauen auch so eine gewisse antipathie gegenüber jetzt lady syvanas halt auf zum beispiel auf der anderen seite darf man aber eins nicht vergessen dass sich das halt auch wieder ändern kann man weiß halt nicht was mit dem charakter passieren wird aber was gerade in zeldrassil passiert das ist sehr dramatisch das ist sehr traurig und das ist halt eigentlich überhaupt nicht ehrenhaft und das hatte der mit das hauptproblem warum saw fang mit ihr nicht nur ein problem haben wird aber das werdet ihr in der nächsten woche sehen wenn es das laudern szenario gibt gibt beziehungsweise auch richtung weiter vor als wenn das intro szenario kommt aber eins ist ganz wichtig das was tell drassil gerade anbelangt das ist wirklich grauenhaft aber der angriff in der dunkelküste das ist strategisch gedacht denn da ich das halt sage hast ja in dem so ein angegriffen hat und da ich das dieses macht instrument azerit in dem so ein vorstand gekommen ist ist der ein die einzige ja vielleicht also die nachtelfen sind die ist der einzige teil der allianz der sich im moment auf kalimdor befindet und wenn die nachtelfen versuchen an azerit zu gelangen oder daran zu also versuchen dieses azerit abzubauen dann geht es nur in form der nachtelfen das heißt wenn genau das passiert oder so hat sie sich das wahrscheinlich vorgestellt wenn also genau dieses gebiet angegriffen wird wenn dann das angegriffen wird dann ist es ganz gut möglich dass in dem sinne halt auch hier die allianz klar geschwächt wird und dieses azerit ist nun mal ein macht instrument und man wird ja auch hinterher sehen auch im battle for azeroth das ist auch ein kriegsinstrument denn man kann es auch für kriegseinsätze und so weiter halt gebrauchen und von daher wenn du aus sicht der horde als als anführerin aus sicht der leitung der führung eben die möglichkeit hast hier einen vorteil zu gelangen oder zu erlangen und wiederum die allianz dadurch zu schwächen dann machst du es halt du diesen angriff den führst du aus aber was wiederum teldrassil anbelangt das ist eben die frage das hat mit ehrenhaftem kriegsverhalten eben nichts mehr zu tun von daher kann man diesen diese diese aufruhr gerade verstehen aber ich würde trotzdem davor waren diesen charakter jetzt komplett ab zu abzuschreiben und zu sagen damit bräuchte es er noch nicht mehr spielen denn blizzard spielt ihr eben nur die ganz einfache karte nämlich schlechtes storytelling und syvanas ist die böse und damit ist das ding erledigt wartet mal ab ihr werdet auch in dem abschlussvideo was wahrscheinlich noch nächsten stunden vielleicht sogar noch online kommen wird werdet ihr noch mal von mir noch mal zu hören bekommen dass ich der meinung bin dass eben bfa nicht so einfach verlaufen wird wie man sich gleich gerade vorstellt macht's gut und bis zum nächsten video ciao